Versteck die Schweinen jetzt kommt Pogshop Media. An diesem Donnerstag, also den 19.09. wird es auf unserem Twitch-Kanal um 19 Uhr einen Livestream geben. Aber da wir wir sind, gibt es natürlich auch einen produktiven Teil. Und zwar werden wir im Livestream ein Video für kommenden Sonntag vorbereiten und ihr habt natürlich per Chat die Möglichkeit, euch aktiv dabei zu beteiligen. Wenn uns dann vor lauter Arbeit der Schweiß von der Stirn tropft, machen wir natürlich auch mal ein Päuschen und spielen etwas anderes. Nochmal kurz zusammengefasst, wir sehen uns Donnerstag um 19 Uhr auf twitch.tv. Also schaltet ein oder lasst es bleiben. Bis Donnerstagabend.